Hey ho, mein kleiner privater Fresskarton, den ich mir unter meinem Schreibtisch gepunkert habe, den brauchen wir heute. Stay home, make ice cream rolls Teil 2. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Ideen für die ice cream rolls und ja, im ersten Teil wurden sie kombiniert, im zweiten Teil werden wir nur die Gefriere verwenden und gucken wir mal, ob wir das da auch hinbekommen. Gut, ich werde dann die Camped hochnehmen und oben direkt auf der Gefriertruhe das Eis hacken. Aber gucken wir mal, wie wir es hinkriegen, aber jetzt schauen wir erstmal, was wir alles verwenden fürs Eis. Wie gesagt, mein ganz privater Fresskarton, den ich mir immer wieder auffülle. Wir haben hier jetzt Twix, Mars, Bounties haben wir schon gehabt, Ballistos, allein weiß haben wir noch, weiße Duplos, Oh, da kommt sogar noch ein Bull raus, Weingummi. Naja, dann würde ich mal sagen, machen wir heute Twix. Und wenn es klappt, später noch mit dem Mars. So. Einmal hier dieses Mal die größere Schale, die hat halt, ja, den Nachteil von der Erhebung hier, dass am Rand sich ein bisschen was absetzen wird, aber das wird ja auch schon irgendwie funktionieren. Dann habe ich wieder meine Eismasse hergestellt, 2 zu 1. Fangen wir mal an mit diesem Twix. Mach mal Twix-Eis, ganz genau. Schalldämpfung. Baumärkte sind geschlossen, deswegen habe ich immer noch keine anderen Spateln kaufen können. Schalldämpfung. 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 Absatz zu schalldämpfung. Mega 잡utzung. ich glaube leute die eisgrundmasse reicht noch nicht ganz habe ich draußen noch ein bisschen und twix habe ich noch ein paar dazu denn wir wollen es ja wirklich twixig haben beziehungsweise leider ist er nicht mehr so wie früher der pausensnack da haben wir jetzt schon wunderbar das karamell ja man sieht schon die schale ist absolut ungeeignet weil so viel in den rand reingeht schauen wir mal was wir daraus machen aber jetzt stellen wir das so wie es ist oben in die gefriertruhe und wenn ich dann aus der gefriertruhe wieder raus holt seid ihr dieses mit dabei weil euch hole ich dann auch mit dazu viertel stund 20 minuten später das zeug verfestigt sich schon hacken wir weiter klein also mit dem eispack unten runter geht es auf alle fälle deutlich schneller ja dann würde ich sagen stellen wir es wieder rein lassen wir es weiter runter kühlen aber ich kann jetzt schon sagen das dauert mir wahrscheinlich viel zu lange die nächste runde wird definitiv wieder mit crushed ice und salz zeigen ja warten wir noch mal eine viertel stunde 20 minuten so leute ich befürchte diese version ist komplett durchgefallen obwohl jetzt ja nach bald einer stunde zu langsam an aber das dauert extrem lange also dafür wie lange das jetzt schon in der gefriere drin ist ist schon naja sehr madig macht nix wir essen jetzt dann erst einmal abend zu abend und irgendwann wird das zeug dann schon so weit gefroren sein dass man ja das wollen können abend ich gefriere für eine weitere stunde oder so wie lange das jetzt schon insgesamt drin war keine ahnung aber eine ganze weile hilft ja nix und wieder ewigkeiten später machen wir das nächste guckere jetzt sieht es besser aus jetzt sieht es definitiv besser aus jetzt könnte man sogar schon fast rollen aber von der masse selber ist was noch nicht fest genug und immer schon wieder schön hacken damit so schön cremig bleibt also diese methode funktioniert auch aber man muss wirklich dann zeit mitbringen und ich vermute auch fast dass uns das nachher dann relativ schnell schmelzen wird es einfach nicht so weit runter gekühlt ist ja wie mit dem crushed ice mit dem salz drauf ja das wird jetzt schon wieder total flüssig jetzt verstreiche wir es wieder ein letztes mal und dann lassen wir es nochmals sauber runter kühlen und dann beim nächsten mal sehen wir uns dann unten in der küche wieder wenn ich das ganze dann ja anrichte sozusagen also in dieser version mit dieser art und weise macht es definitiv keinen spaß punkt das frieren wir jetzt noch mal ein und lassen das jetzt einfach noch ein zwei stunden drin leute dadurch dass man diese version eigentlich vergessen kann weil es einfach zu lange dauert einfach nur blödsinn ist fast ja fast habe ich jetzt die restliche grundeismasse jetzt noch mit dem mars mit ich glaube vier vier maß waren es ja auch noch angerührt und auch noch oben in die gefriertruhe gestellt und werde später dann wieder ein bisschen klein hacken noch noch kleiner hacken macht es heute noch soweit und lass dann beide portionen bis morgen in der gefriere und ja dann wenn patrizia morgen vorbeikommt wird man dann das eis essen und da geht es dann auch mit dem video für euch weiter ganz genau so machen wir das das ist jetzt ein plan so freunde jetzt müssen wir halbwegs schnell sein einmal das maß eis und das twix eis weil einfach ja das nicht so kalt ist wie wie das andere fangen wir mal hier an 1 2 3 4 ja jetzt sind die spachteln natürlich fast schon zu breit dafür also das ist mehr eine creme als ein eis der versuch ist definitiv fehlgeschlagen aber deswegen essen wir das ganze jetzt trotzdem die andere alternative wäre natürlich gewesen den forster komplett runter zu stellen auf arsch kalt aber ich glaube dann hätte er schellen gekriegt dass ich gemeint habe oder gemeint hätte der kirchenchor singt highway to hell also definitiv nicht die konsistenz wie man es aus dem letzten video kennen aber wir geben trotzdem unser bestes das ist das ist das ist das ist es ist Ess응 pvp da na komm raus die karamei soße ist auch schon etwas sehr ich glaube die im kühlschrank aufzubewahren ist nicht die gut beste idee und da haben wir das erste eis rollt eis mars und tricks und fertig ich habe ausgeteilt meins auch fertig und jetzt machen wir natürlich noch das obligatorische probiere von dem eis richtig leckeres maß und tricks eis aber machen wir nachher das fazit bevor man das zamm schmilzt dazu sage ich mir auch gleich noch was so leute lecker war es definitiv das eis aber es war nicht kalt genug mit dem crushed eis war so kalt dass es bis zum schluss wirklich schön eis war hier habe ich zum schluss also ich habe es nicht ganz aufessen können und dann war es verflüssigt leider wie gesagt man könnte gefriere vollgasen aufdrehen aber das ist ja nicht sinn und zweck der sache wir wollen ja auch energie sparen die ist so eingestellt dass es reicht und gut ist ja meine empfehlung definitiv mit dem crushed eis ich muss da jetzt noch ein bisschen experimentieren aber wenn ich da wieder eine idee habe werde ich euch das zeigen vielleicht bastel ich mir was ich weiß ist es einfach noch nicht aber als was wird weiter geführt es ist einfach lecker und normalerweise ein schnell zubereitetes eis außer man stellt sie in die gefriere ohne ohne zusätzliche kühlung dann braucht es ewig und wird einfach nicht so hundertprozentig wie es sein sollte hat euch aber trotzdem geschmeckt sehr lecker sagt patricia schatzi schmeckt immer noch sagt saskia ich fand es auch echt gut gut ok wie gesagt lecker was auf alle fälle aber nur reingefriertruhe kann man vergessen leute macht mit dem crushed eis wie im ersten teil von dem video und gut ist dann wird es auch was wir sehen uns dann das nächste mal tschalkowski zum nächsten mal tschalkowski zum nächsten mal tschalkowski